Hey Mädels, ich habe bei meinem letzten DM-Besuch gesehen, dass es von Balea ein Duschgel Aftersun gibt und das habe ich mir natürlich mitgenommen, das ist mit Cooling-Effekt und wenn ich das nächste Mal im Schwimmbad war, werde ich mich damit abduschen. Ich bin sehr gespannt, habt ihr das schon mal getestet?